Das ist das Freunde Luis Carlos, er ist ein Radprofi aus Kolumbien, also die Kolumbien-Rundfahrt ist halt so ähnlich wie die Tote France. Schreckennomente, er gewinnt die Etappe und rast in eine Fotografin rein, die dann natürlich auf dem Boden ist, er natürlich auch und das Kuriose daran ist, dass es seine Ehefrau wohl reingefahren ist. Die beiden sind natürlich ins Krankenhaus, kommen und wünschen natürlich an dieser Stelle alles Gute den beiden und gucken natürlich, dass er das Rennen noch zu Ende fahren kann oder die Etappe.